Hallo und herzlich willkommen bei uns in der Verwaltung der EKRN. Komm mit, wir zeigen dir unsere Verwaltung. Du findest hier die verschiedensten Arbeitsbereiche. Finanzen, Personal, Recht und auch bauliche und kirchliche Fragen werden behandelt. So wird es nie langweilig. Wir sind zwar über 250 Mitarbeitende, haben aber trotzdem guten Kontakt zueinander. Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden wird bei uns groß geschrieben. Unzählige Angebote stehen uns zur Verfügung. Auch auf die Gesundheit der Mitarbeitenden wird hier besonders geachtet. Es gibt daher zahlreiche verschiedene gesundheitsfördernde Maßnahmen und ergonomisch eingerichtete Arbeitsplätze. Zu der Kirchenverwaltung gehört auch eine Kantine mit gesunden Angeboten für den ganzen Tag. Die Mittagspause kann man auch draußen im anliegenden Park direkt vor der Verwaltung genießen oder indoor in einem unserer Pausenbereiche. Also, wenn du einen sicheren und vielseitigen Arbeitsplatz mit tollen Zukunftsperspektiven suchst, dann komm zu uns in die Kirchenverwaltung. Dies亲fische Woche bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.